so sieht die platte aus bin schon sehr gespannt wie das wird wenn das trock ist hier ist eben diese struktur die ich nicht gemacht habe das ist mir wichtig weil die wir ganz toll bei der lasur oder beim glätten hervorgehoben also das ganz glatte das gefällt mir nicht aber ich werde euch das natürlich auch noch zeigen damit das ist mir zu langweilig kreativität spielen ausprobieren so 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 so